Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge der LS19 auf der Hofbergbahn. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Wie ihr es schon hört, habe ich mein neues Mikrofon bekommen. Wenn euch der Ton oder das Audio so gefällt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben oder wenn ich etwas verändern soll. Und da machen wir jetzt weiter. Ich tue jetzt gerade den Haferabtanken aus dem Drescher. Ich habe in der Zwischenzeit schon ein paar Tanks von Beize gekauft, damit wir unseren Siebmaster und den Betrieb nicht mehr kennen. Dann machen wir das doch fertig. Und dann gehen wir uns halt da jetzt in den Hohen. Ein paar andere Stühle. So ein paar Stühle. Ich denke, wir müssen uns mal die Kommentare vorstellen. Ja. So ein paar Stühle. Ja. So ein paar Stühle. So ein paar Stühle. So ein paar Stühle. So ein paar Stühle. Dann können wir eigentlich schon wieder anziehen. und dann mal dann mal mal dann 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 ja Ja, los geht's. Oh. Wir könnten mal eingehen. Träscher zum... Jetzt auf den Hofrand. Dann muss man den auf den Hof stellen. Dann muss man den Hof in den Hof stellen und den Hafen ins Lager bringen. Dann wird er wieder auf Tokio. Ja. Und dann können wir eigentlich schauen. Äh. Allo. So. 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 Schauen wir mal hier, irgendwie. So, wenn wir noch coole Mods haben, mit dem Projekt, oder das nächste Projekt, dann wieder geht's dann folgt an den also worgen oder manchmal der nächste Projekt auf dem Kanal. Aber ich will noch nichts zu viel verraten dafür, was so nett und worum es an dem Projekt geht, ja, vor allem der Kastchen. Ja, und da könnt ihr mal noch ein paar Mods dann dicken oder die Links dazu in meinen Infobox äh, in den Infobox mit einer Darin vorhin. Oh. Oh. dazu jetzt Oh Gott Und da ist es wohl in der Lange sein, aber weiter zum Moor. Oder wie versteht man das? So, wie bleibt Moor? Ah, hört sich so schön, bleibt Moor. Ah, los, ja. Jetzt gleich fertig. Ja, mit dem wollten wir jetzt unser... ähm... äh, bei sich irgendwie. Äh, ich hab's mit dem, äh. Äh, ich hab's mit dem... Okay. Was ist denn jetzt los? Nein, jetzt holen wir uns den Pflochbeek auf hier, oder holen wir doch mal? Wo ist denn der S-Car? Was ist denn der S-Car? Reize. Das war dann die Figur für mich. Dann machen wir uns auf. Ein Blatt. Gez Die Wirkung. Das war's für heute. ja ja maaf oh dann weil die brauchen wir noch nicht wieder hoch und klar, zu fern geht's auf dem Bein ist man hier unsäbel Ja. Und dann fahre wir. Wo? Einstein? Und er hat es. Okay. Okay. dann würde ich sagen muss man noch schnell den drescher sauber Komm, Jan, kia, ha? Ja, wo ist der kia, ha? Ja, wo ist der kia? Ja, das machen wir in der nächsten Folge. So, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und einen netten Kommentar zu schreiben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich nicht vergessen zu liken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, hat rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.